Das Dongo Open Air ist ein Festival von Fans für Fans, das in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet. Hier greifen uns 150 ehrenamtliche Mitarbeiter unter die Arme, um einmal mehr drei Tage Musik auf die Beine zu stellen und zweieinhalbtausend Fans hier willkommen zu heißen, die auch größtenteils hier campen. Wir haben Bands aus vielen Nationen hier, präsentieren hier alle Spielarten von Metal und Rock und bieten vielen Nachwuchsbands die Möglichkeit, sich hier einem großen Publikum zu präsentieren, das sie sonst nicht erreichen. Wir haben das Spiel mit Gamma Ray, mit Carcass, die sind unsere Heroin, du weißt? Dieses Ort bringt uns viele Möglichkeiten. Ja, es ist eine gute Möglichkeit, sich mit anderen Bands zu verbinden, weil wir in Deutschland spielen wollen, sie in Deutschland spielen wollen. Viele Leute haben hier übergebracht, wo wir so lange gespielt haben, und sie haben hier unsere Band gefunden. Cool, dass es diese Verbindung gibt, auch über Jahre hinweg. Also zwischen der Orga hier, die halt wirklich den Underground auch verfolgt, die sieht, okay, die Bands machen Fortschritte und da halt irgendwie eine entsprechende Plattform gibt. Das hebt schon sehr ab von anderen Festivals. Unsere Mitarbeiter haben hier wirklich die Möglichkeit, sich auch auszuleben und obwohl es ehrenamtliche Tätigkeit ist, kommen sie hier trotzdem auf ihre Kosten, treiben eine Menge Schabernack und schaffen es trotzdem dabei noch, drei Tage Kultur auf die Beine zu stellen in einer wirklich einzigartigen Umgebung, so dass das hier wirklich für alle jedes Mal aufs Neue ein unvergessliches Wochenende wird.